Hallo und Servus YouTube! Herzlich Willkommen zu einer Hauptmission mit Lester. Wir sind unterwegs hier mit Michael, das ist logisch. Und ja, was ich hier sehe, wenn ich markiere, heißt es der Bro-Überfall. Hört sich extremst geil an und extremst spannend, extremst nach Action. Schauen wir mal, ob das wirklich so zutrifft. Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall mal zu Lester rennen. Da ist er ja, was ist er nicht? Ja stimmt, den hatten wir aber auch geplant. Es ist egal, wenn er weiß. Danke, dass ihr hier seid. Du allein bist? Davey, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf dem Weg. Ja, sie sind hier. Hört, die Scheiße sind jetzt auf den Fan. Unsere ganze Leben zusammen ist nichts, sondern eine Reihe von Fan und Scheiße. Schau mal diesen Problem für mich und ich werde Herr Leisure-Wear aus dem Kopf. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in die Kirche und du werden. Ah, mach dich, Dave. Ich habe es alles gehört. Nicht so wie das nicht. Er hat dich geplant? Oh, ja, er hat. Er hat uns gesagt, dass wenn wir tun, was du sagst, dann zusammen können wir den großen, schlechten Wolf, der ist die Regierung-Korruption. Ja, und wenn du nicht? Wir werden alle sterben. Weil die Regierung ist mit uns. Ich habe sogar ein paar Scheiße in unserer eigenen Büro, die fragen mich, meine Methoden. Ich bin... ein Leiter! Ein Scheiter! Ein Kind von Körner! Und ein Thief! Also? Also... Es gibt ein paar... Ebenen. Und ich brauche, die Leute, die wissen, was sie wissen. Okay, also, was? Lester ist hier zu hacken, in das System, und alles weg? Oh, nein, nein. Das wird nicht funktionieren. Der einzige Weg zu erzeugen, ist durch deine Gebäude. Das hoffe ich doch auch. Ein letztes Ding für die... Jungs, vom FIB, und dann ist Ruhe im Schacht. Dann kümmern sie sich nur noch um sich selber, um ihren eigenen Verdienst. Okay, Tresta ist schon... Äh, Tresta. Geiler Name, Tresta. Lester ist schon drinnen. Ich glaube, das wird mein neuer Name, Tresta. Ich glaube, das wird wieder richtig böse. Wir müssen wieder richtig viele killen. FIB hört sich immer nach... einer großen Sache an. Da kann man sagen, was man will. Was ist Harvey Molina? Wer ist das? Ach, hier. 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 So what do you think about this whole messed up situation. I think they'll either kill you after this is done or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Super. Und wann kommt sie denn? That's it? Nope. So what do we do? What can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Na super. Das ist, komm schon. Nicht dein Ernst. Das kann's doch echt nicht sein. Wann kommt denn die raus, Mensch? Das ist jetzt bestimmt. Wollt ihr mich verarschen? Das ist das fünfte Auto jetzt, ne? Ich glaube, wir müssen hier realistisch warten. So drei, vier Stunden. Ja, endlich. Ach, das ist der Hausmeister. Die Karre sieht schon echt geil aus. Ja, läuft, ne? Ja. Ja. Ach Scheiße, wir haben uns falsch eingeordnet. So ein Mist. Aber auch. Na ja, der fährt halt schon ganz normal, dauert ein bisschen. Okay. Okay. So kann man echt ein bisschen geil hier. Schnell Starts üben. Man müsste zwar den Reifen platzen, aber egal. Okay, los geht's. Sehr schön. So, wo ist denn der jetzt? Wo wohnt denn der jetzt? Ich habe keinen Bock hier den 10 Minuten lang irgendwo in der Stadt zu folgen. Das ist schon ein bisschen öde. Jetzt werden wir Detektiv oder sowas. Also normalerweise müsste er nicht. Okay, das heißt, wir sollen vorbeifahren an ihm oder was? Sehr schön. Perfekt. Oh, die ist aber heiß hier, ne? Besuchen wir ihn mal. Aha, er macht die Tür auf. Okay. 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 Tja. Hat sich gut angehört. Der ist anscheinend dabei. Bestimmt, ja. Zwei Jobs. Da ist was geboten. Aber es ist cool. Da ist der dabei. Müssen wir nichts tun, was wir nicht wollen. Und es könnte was werden mit unserem Überfall. Ja, war klar, dass er wieder zu faul ist, um mal eine U-Bahn zu nehmen oder einen Bus oder sonst was. Immer ein schönes Taxi von uns. Wahnsinn. Also, der ist echt so mobil wie ein Kleinkind. Fahrskill 100, so muss das sein. Das war man's dann. Ah, wer ist denn hier? Ach seh, wir müssen rein. Wir müssen rein, nicht ins Auto. Ja, ich weiß, Lester braucht wieder ewig. Wir beeilen uns aber hier mal. Wie spiel ist es denn? Was? Kurz vor zwölf. Die Uhr funktioniert immerhin. Und da ist er ja, der Franklin. Ah, okay, das hört sich nach Raubürfall an mit der Tafel. Na super. Was kommt noch? Ich versuchte nicht wehzutun. Ja, ja. Okay, die Mission hätten wir bestanden. Das Büro ausmisten. Ja, wieder 84%. Also, die letzten Male haben wir relativ gute Bewertungen. Scheint ein bisschen bergauf zu gehen. Ansonsten immer wieder zu Hause eine Mission mit Michael. Aber ansonsten nichts mehr aktuell gerade. Genau. Und dann würde ich auch sagen, wir sind hier durch. Macht's gut, Leute. Servus. Ja. Ja.